Herzlich willkommen auf der Seite gemeinsam in Bonn.de. Wir sind als Bonner Kirchen in dieser schwierigen Zeit ganz bewusst gemeinsam für Sie da. Gerade in Zeiten, in denen wir physisch zueinander auf Distanz gehen müssen, ist es uns wichtig zu zeigen, wir sind gemeinsam auf dem Weg mit und zu den Menschen der Stadt Bonn. Es freut uns total, dass so viele Kirchengemeinden und Institutionen in unserer Stadt ganz kreativ und lebendig auf diese Krise reagieren. Auf dieser Homepage wollen wir Ihnen die vielen Angebote, die entstanden sind, Hilfsangebote, Beratungen, Impulse, aber auch die Gottesdienste der Pfarrerinnen und Pfarrer hier in der Stadt Bonn zusammenstellen, sodass Sie sie zu Hause abrufen und nutzen können. Wir folgen dabei dem biblischen Leitwort Suche der Stadt Bestes. Und gerade deshalb freuen wir uns darüber, wenn möglichst viele Partnerinnen und Partner aus der Stadt diese Seite mit uns mit Leben füllen. Gemeinsam im Geist der Liebe und der Besonnenheit. Wir hoffen, dass diese Homepage für Sie nützlich ist und wünschen Ihnen, katholische und evangelische Kirche, Superintendent und Stadtdechant von ganzem Herzen, bleiben Sie gesund und behüte Sie Gott! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!